Moin Freunde, herzlich willkommen zum kurzen Video hier. Ich stehe jetzt bei Uchte. Vor mir sieht man zwei der insgesamt vier bald neuen E115 EP3 E3 mit 4,2 Megawatt. Drei Stück sind fertig, eine ist noch im Bau. Ich bin jetzt auf dem Hinweg nach Cuxhaven und halte hier mal kurz an. Ja, sehr schön. Da sieht man die beiden. Ich versuche gleich nochmal ein bisschen näher ranzukommen. Ja, hier steht dann nochmal insgesamt fünf E40. Ja, sehr, sehr schön. Hier hat es gerade richtig geregnet. Ja, wunderbar. Ne, sechs sogar, da hinten steht noch eine, sehe ich erst. Sehr geil. Also insgesamt stehen hier sechs E40. Wie ich gelesen habe, ich weiß nicht, ob es stimmt. Die Leute, die hier aus der Region kommen, wissen das sicher. Die Anlagen hier sollen wohl auch repowered werden durch zwei E40. Ja, das hier wird jetzt nur ein kurzes Müll. Ich denke, ich werde hier auf der Rückfahrt nochmal anhalten, weil da hinten geht es wieder los. Ja, ich zeige nochmal die E115 jetzt. Ja, ich sehe mal die E40. Vielen Dank.